ja leute hier ist wieder sebastian glöckner und wenn euch dieses video gefällt am ende gebt mir bitte ein like und lasst mir ein abo da oder auch schon gerne am anfang ich hatte vor zwei drei tagen hier bei youtube ein video hochgeladen wo ich etwas ausführlicher gesagt habe wie man seinen ersten kurs bei udemy anlegt und wie man da was hochlädt und worauf man achten muss ich verlinke dieses video noch mal hier unten drunter falls ich vergesse ja dann erinnert mich bitte noch mal dran ok und in den kommentaren und da habe ich gesagt ich mache noch kurz ein video dazu wie ich wie man das testvideo macht und worauf man achten muss und dieses das testvideo ist im prinzip eine sache wo haben wir es denn wir hatten es doch eben noch einrichtungen testvideo so dass du dann halt ein testvideo erstellt und hochlädt und hier ach so das war hier mein letztes testvideo von 2017 kann aber mich dann auch testvideos ja genau das war mal die phase wo man für jedes genau 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 2017 war mal so eine phase da musste man noch immer wieder neue testvideos machen obwohl ich das schon keine ahnung 20 kurse hatte oder sowas daher kommt das genau und dann haben die dann ein feedback geschrieben und hier war mein testvideo dann haben die gesagt ich habe gesagt ein usb mikrofon also man musste dann auswählen hatte es mit einer webcam gemacht und software screen flow und dann haben sie gesagt die video ist hervorragend und die audio qualität ist ausgezeichnet alles klar so und für dich bedeutet dass wenn du dein erstes testvideo machst wenn du dein erstes testvideo hochlädt und du wirst halt hier gezwungen an einer stelle dass das testvideo hochzuladen bei mir erscheint das jetzt schon gar nicht mehr weil ich das ja schon tausendmal gemacht habe ich hatte eigentlich gehofft dass ich euch das hier mal kurz zeigen kann aber wie gesagt du musst dann halt hier ein testvideo hochladen bei mir ist halt hier schon eins ok jetzt stell dir einfach vor ja genau hier ist es neues testvideo erstellen und dann genau hier ist es so bitte eins auswählen so was ist es es ist ein video mit audio von mir aus dann ich fühle mich oder eine andere person ich finde ein computerbildschirm und mich sagen wir mal eine aktivität yoga hundeerziehung okay welches mikrofon genau usb mikrofon ich weiß es nicht hier sind wahrscheinlich die sachen die häufig benutzt werden das ist natürlich auch ein cooler tipp was udemy so empfiehlt ich habe ja ein anderes mikrofon ich habe ja viele getestet wenn du das dazu mehr wissen möchtest dann kommt bitte mein youtube master class da werde ich dir dazu noch ganz genau infos geben aber das sind zumindest die die halt andere dozenten dann benutzen aber ich habe glaubt meins glaube ich noch besser klammer auf klammer zu so und genau dann sagen sei das und das dann sagst du kamera denn die logitech die habe ich jetzt ausgemustert bei mir die habe ich vor drei vier jahren gekauft und habe die jetzt die qualität ist so schlecht aus heutigen aus heutiger sicht ist sie so schlecht aber im jahr das ist noch viel länger her das war 2015 oder noch die gekauft da war die gut ja aber dies absolut ja genau also kameratyp software typ windows movie maker lustig ja alles klar dann also wenn das movie maker das kenne ich schon oder sie war schon seit 20 jahren der windows dabei das ist so eine absolut rudimentäre software um sachen aufzunehmen aber naja wenn es gratis ist kann man es ja mal ausprobieren ich würde es eher mit einer anderen software machen es gibt verschiedene softwarearten womit man auch gratis aufnehmen kann womit man den bildschirm direkt ab filmen kann ja dann mit einem wie okay ein movie ist eher ein schnittprogramm ist ja auch ein bisschen lustig das würde dann eher dafür sprechen dass du dann ist mit mit keine ahnung mit dem handy aufgenommen hast oder sondern ein movie reingeballert hast um es hinterher zu schneiden ist klar und screenflos halt das was ich hier benutze um dieses video hier aufzunehmen und zu schneiden das ist für den mac betriebssystem jo alles klar und dann nimmst du das ding auf nächster schritt ach so hier habe ich nicht alles ausgewählt nehmen wir mal irgendwas nächster schritt tipps zu videoaufnahme naja das ist ja ganz nett da haben so ein paar sachen ich würde direkt empfehlen wenn der mikrofon das nicht zu weit weg zu gehen weil das ist oft das problem bei mikrofonen dass der klang zu schlecht ist denn es zu weit weg ist vom vom mund das gibt viel hall effekt ja die christian nicht mehr raus auch nicht zu dunkel ja ich habe jetzt auch hier bei diesen videos immer bin immer so ein bisschen experimentieren ob es zu hell oder zu dunkel ist weil ja wenn es zu hell ist wirst du geblendet und du hast so ein gesicht alles wird zurück geblendet das heißt man muss auch teilweise indirekten licht arbeiten und so weiter ok ja hier geben sie ein bisschen was ein bisschen tipps dazu jetzt nimmst du das video auf letztes hoch das muss mindestens 720p sein ja das ist wichtig also meine freundin die macht das manchmal so die exportiert dann aus versehen mit 50 prozent und dann ist es dann nicht mehr 720p sondern noch 600p oder so dann werden die videos immer abgelehnt also achte darauf dass es mindestens 720 pixel breite hat ja also ich glaube haben das ist hd auflösung und wenn du 1920 x 1080 ist full hd und das ist normales hd so und dann schicken wir den feedback und das witzige ist ich hatte damals am anfang als ich wie niemand hat mir gesagt worauf ich achten soll und so ich wusste nicht welches mikrofon nicht nehme und dann haben die immer meine videos abgelehnt damals 2014 das war immer so ich habe meine mein video dann eingereicht und bin dann ins bett gegangen und dann am nächsten tag haben sie die nachricht ihr kurs oder ihr dings wurde abgelehnt das ist abgelehnt das ist aber jetzt passiert mir heute natürlich nicht mehr auf jeden fall so ob je nachdem also ob du abgelehnt wird oder nicht wie auch immer auf jeden fall macht das mit dem testvideo weil ich hatte jetzt noch einen kunden der hat eben also ein paar sachen hochgeladen und die waren einfach alle nicht so gut in der aber ganz viele hochgeladen ja das natürlich ärgerlich wenn du schon den halben kurs fertig hast so ungefähr das wird dann abgelehnt also wirklich ich habe mich noch echt gut an mein allererstes testvideo erinnern da habe ich mir extra dafür ein mac gekauft um quasi damit geld zu verdienen und du weißt du diesen jahren voll teuer diese dinger hier das dinge das hat fast 3000 euro gekostet und wenn du noch gar kein einkommen hast und kauf sie dann so ein teil und dann saß ich dann der küche und habe irgendwie mit der webcam irgendwas aufgenommen ich habe gesagt hallo leute das ist mein testvideo habe das dann hochgeladen das war 2014 spätsommer und es wurde natürlich direkt abgelehnt weil es war der sound war nicht gut weil ich hatte das mikrofon nicht richtig positioniert und so aber ich kann mich da noch echt gut dran ändern ja also so viel zum thema testvideo wenn euch das was gebracht hat dann bitte gibt mir ein like und ein abo und gerne auch ein kommentar ich freue mich echt immer über alle kommentare leute also macht's gut und bis später euer sebastian glöckner Tarnam wir sind dann bis zum nächsten mal im du